Da 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 Lalalala 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 Okay egal. Hallo was geht Leute? Ich antworte wieder Kommentare mohahaha. Hallo ich bin immer noch ein Baum. Ist mir egal. Hast du schon mal ein Aufzug geklaut? Nein. Aber ich habe jetzt eine Käste in einer Käste geklaut. Jetzt habe ich zwei Kästen. Spiel mal mit einer Blockflöte oder so. Sportermann Leute, Sportermänner sind komisch. Lalalala Lalalala Ich bin eine Melone. Ich bin eine Melone. Bin ein Mexikaner und der Werther Frosch hat mir Deutsch begebracht. Leder kann ich es noch nicht so gut. Aber das ist egal. Wer ich der zweitkolleste bin. Und Frosch ist natürlich der allerkolleste. Mit was schneidest du das? Also ich schneide alles hauptsächlich mit einer Schere. Wie jeder andere normale Frosch. Du dummer Frosch, das war nie witzig. Das ist egal. Keine Ahnung was grad passiert ist. Aber egal. Du hast dich verändert. Ja ich weiß, ich bin Coll. Tschüss ihr Internetmenschen.